Okidoki, ich wusste es, die Brille zu lange zu tragen ist eine scheiß Idee. Wie man bekommt nie mehr Körperschutz. Alles klar. Hey, take it. Wie sieht es denn waffenmäßig aus? Ah ja, genau. Ich pack den Ding hier. Ich drücke mal aufs Zeitschein. Wie, du kannst es gar nicht auf das Ding drauf mutieren. Das ist so fault. Das Problem ist, dass das andere Zoom hat. Das ist für ein Arsch. Schon wieder das falsche Geduld. Ganz toll. Ich bin begeistert. Da draußen ist gerade irgendjemand rumgelatscht. Miegt mir den Wichser mal um. Böse Bock drauf. Ich hab gerade zu geiles Futter gegessen. Okay, ehrlich gesagt war das nur Essen für einen Euro. Interessiert, ja? Nudeln mit Bolognese-Sauce. Fertigsauce ehrlich gesagt. Die für 99 Cent. Hoffentlich muss ich nicht gegen diese Scheißvieche kämpfen. Die Nerven. Okay, schauen wir mal. Ah ja genau, wir waren auf dem Weg. Von irgendwo hin, von dem ich nicht mehr weiß wohin. Alles klar. Ah ja genau, ich wollte cheaten scheiße. Ja, ich hab jetzt nicht mal nach Cheats geschaut, ehrlich gesagt. Hier ist ein Boot drauf. Verpiss dich. Der Arsch. Hier ist kein Boot. Ohne ohne komme ich nicht rüber. Oh man, das ist doch kalt. Was ist das hier? Sichtlich Mark für die Sing-Manier. Sichtlich Mark für die Sing-Manier. Ah, warte mal. Hab ich den grad geblendert? Scheiße. Wie komm ich denn da jetzt rüber? Hier ist nicht mal ein Boot eingezeichnet. Komm schon, Mann. Ist nicht dein Ernst. Ich suche echt übelst böse nach einem FPS-Shooter. Weißt schon, nach einem neuen so. Weil ich bin echt gelangweilt von allem, was ich hab. Man, Anthem war so eine Enttäuschung. Ey, warte mal. Alles klar, ich hab's kapiert. Radioaktiv. Radioaktiv ist böse. Jajaj. Ach, ich hatte die gar nicht auf. Ich dachte vielleicht, dass ich über den Zaun rüberkomme. Aber scheinbar nicht. Schau mal, wenn ich auf den Baum kommen würde. Das funktioniert so nicht. Ah, da ist doch ein Boot. Oh Gott, bin ich beendet. Okay, ich bin voll dumm im Kopf. Gebe ich zu. Tut mir leid, okay? I'm dumb. Ich mach' mal. Ey, sollen wir direkt da unten rein? Ey, werd'ts nicht voll. Was zum Teufel macht hier ein Save? Ich benutze lieber die hier, weil für die gibt es viel mehr Munition. Keine Ahnung was das bedeutet. Boah das ist ja mal fies wie die den umgebracht haben. Alles klar hier ist gar nichts. Okay das war total sinnlos hier hin zu gehen. Und es war sogar noch dümmer. Alles klar weiß ich bescheid. Das glaube ich jetzt nicht man. Boah ich wäre gerade fast untergefallen. Okay. Also ich soll hier hin oder nicht? Ich will nur mal kurz was checken hier. Also da passe ich auf keinen Fall durch. Schau nur ob du hier durch Zufall reingehen kannst. Weil sonst muss ich über unten gehen. Aber ich werde nicht mal schwören, dass hier so oder so alles geschützt ist. Ja ganz klare Geschichte. Ich muss mit dem Boot hier her. Ich mag das gar nicht, dass er eigentlich keine Ausdauer hat. Der Typ hier ist nervös. Das Spiel so erinnert mich ein bisschen an Fallout ehrlich gesagt. Warte hier gibt noch eine Bude. Man lass die mal kurz checken. Wenn ich dein Brett beschwingt. Be 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 be. die in dem kleinen Scheiß hätte ich mich gerade fast nass gemacht Mann Boah, grad ist die Grafik gegen mich voll unangenehm fürs Auge Wieso mach ich das gleich nochmal gerade? Wieso mach ich das gleich nochmal gerade? Hier ist auch zu Aber irgendwie muss man hier doch reinkommen, oder nicht? Hoffentlich sind hier keine behinderten, befickten Viecher danach Wieso bezweifle ich, dass hier Menschen sind? Oh Mann Ich will hier nicht sein Oh nicht Scheiß, ich will hier nicht sein Wieso muss ich hier sein? Ich will hier nicht sein Was mach ich überhaupt hier? Ah ja ja genau, ich soll dieses Ding hier suchen Okay speichern wir schnell, ich glaub ich speichere gerade von selber oder nicht Ja Gehen wir auf Nummer sicher Hallo? Ja jetzt hat er gespeichert, alles klar Ich mach's nochmal, just in case Okay wo soll ich denn jetzt genau hin? Ich surf die andere Seite, alles klar 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 Was positive ist, man kann die echt one-tappen Boah, habt ihr das riesen Viehsteiger gesehen? Was ist das? Das hat aktuell echt weh, du Arscher. Hä? Boah, ich hab nicht mal Mads dabei, alles klar. Ganz toll. Oh, stimmt, ja. Oh, das war's wieder Schlüssel von den Typen, den ich umgenietet hab, alles klar. Weiß schon, die sind Ziblisten, Arsch. Nachtsicht geht, hell yeah. Cool, cool. Naja, tagsüber rückt mir das jetzt nicht wirklich was. Warte mal, das ist alles? Oh man. Wow, wow, wow. Was haben wir denn hier, Mom? Was? Ach stimmt, du kannst ja Mads hier... Na, du kannst keine Mads herstellen. Das wär' ich zu cool, Mom. Alles klar. Ein cooles Upgrade. Was soll das denn, man? Ich will mein Tactical Light benutzen. Was soll das denn, man? Ich will mein Tactical Light benutzen. Ich könnte schwören, dass man das auf F gemacht hat. Ganz toll. Jetzt benutze ich ein Nachtsichtgerät. Ich könnte schwören, dass man das auf F gemacht hat. Ganz toll. Jetzt benutze ich ein Nachtsichtgerät. Ja, okay, ich schätze mal, ich geh jetzt auf die andere Seite. Ja, okay, ich schätze mal, ich geh jetzt auf die andere Seite. Ich hab's... Na, Moment! Ich hab's... Na, Moment! Das Ding war ja modifiziert als hell, Mann. Ja, dafür geht aber Stabilität ganz schön drauf, Alter. Nein, egal. Ich schwöre es dir, da unten ist irgend so ein richtiges Muschie Vieh, dass ich mich echt voll am Arschleppen dran bin. Hey, tu mir das jetzt nicht an, Alter. Holy fuck. Na ja, klar, dass mir das passiert. Oh, scheint es, dass wenn hier einige drauf kamen. Artyom, Artyom, bitte kommen, dein Signal wird schwächer. Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Und weiter? Schiebt hier mal nicht gleich so eine Panik, Alter. Wir reden hier immer in Fumier, Mann. Ich habe zwei Teile überlebt. Den dritten werde ich es wahrscheinlich auch noch machen. Auch nicht zumindest. Oh Mann, Muschies sind da aus. Kein Bock auf den Scheiß jetzt hier. Boah, aber wie viele hier draufgegangen sind. Ungeschönlich. Boah, aber wie viele die Leichen hier liegen. Holy shit, Alter. Oh Mann, wieso habe ich so das Gefühl, dass ich jetzt gleich auf Smurl kriege? Oh Mann, was ist das? Ich habe zu nerven. Ich habe zu nerven, Mann. Ich bin bisschen zu nerven, Mann. Ich binibli, als fuck. Oh Mann. Oh Mann. ist der anders als die anderen was für ein Idiot alter what the fuck oh das kann ich jetzt nicht hast du das gesehen was der getankt hat oh die fucking shit alter jetzt hör dir mal so eine Fresse an also die Waffe klemmt irre oft man ein großes Meck rein zu machen bringt also nicht wirklich was die Waffe klemmt irre oft gerade die hier zieht es mal ein das ist nicht euer da tut es dann echt ein normales Meck auch so schnell wie die Dinger anfangen zu klemmen krass wie viele Leichen hier abchillen alter krass wie viele Leichen hier abchillen alter hier ein bisschen dürfte eigentlich gar nicht mehr wie komm ich jetzt ein bisschen darüber ja lass mich raten das Spiel will dass ich einmal um den Block gehen wollen also würde ich wohl einmal um den Block gehen müssen das ist nix ich glaube nicht ich werde mich nicht mehr auf den Eimisch aus dem wenn ich den Eimisch aus dem hallo wie war das bitte daneben man und irgendwas hat mir grad damage gegeben what the fuck wir machen das jetzt anders auf die ARK mache ich jetzt das PSO drauf weil ich benutze die andere die Maschinenpistole oder so im Kloskammel aber ich habe so das Gefühl ich traf mit dem Scheiße einfach sonst nix alles klar ich weiß jetzt aber immer noch nicht wie die Schule kommen soll hier weil hier runter zu gehen bringt gar nix da geht es nur wieder hoch ahhh ach meine Fritz also hier bin ich mit Sicherheit schon durch wo bin ich denn jetzt hier gelandet alter will ich das wissen wahrscheinlich eher nicht oh ich bin wieder da wo ich von war okay bringt es was da runter zu gehen und es regnet apropos Regen ich habe gesehen in dem Patch dass Tarkov bald einen leiseren Regen bekommt nun Bloß das ist das Boah, ich wepp etwas runter. Okay, das bringt ja alles nichts. Ich muss auf jeden Fall da rüber nicht machen. Oh, hier ging es die ganze Zeit weiter, verdammte Scheiße. Ey, die wollen doch jetzt nicht im Ernst, dass ich das runter durchkriege, Mann. Oh, Mann. Der Ersteller will mich töten. Verdammtes Scheißvideo. So, Scheiße, ich gehe an und chill ab. Sind die nicht ein bisschen zu hyperaktisch gerade? Oh Scheiße, soll ich da runter? Ja. Warte mal. Ja, ja, ich muss da runter. Diese armen Schweine haben sicherlich versucht, die ihren Arsch zu retten. Lief wohl nicht so gut. Irgendwas hat hier gerade gebiepst, Mann. Was hat hier gerade gebiepst, Alter? Was hat hier gerade gebt? Oh, Mann. 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 Och. Der hätte die nicht mal gefressen. Halliß ich auch nicht. Schmecken mit Sicherheit nicht. Ich schwör's dir, 85 geht sich hier gar nicht. Ich nehm mal schweren, ich soll die Treppe hoch. Alles klar, richtig die Treppe hoch. Ich bin echt froh, dass ich vorhin hier schon ein bisschen aufgekramt hab. Okay, das war jetzt creepy man. Wow wow wow, du ist Arschloch du. Eigentlich brauchst du gar nicht ins Go-Fat. Mal wieder Ladehämmung machen. Warum nicht jetzt ne Arkadu hier? Ab jetzt wird's etwas problematisch. Ich glaube nicht. Die werfen schon wieder mit Scheinen diese Flache jetzt da. ... ... ... ... Gott damm it. Aber hier hält echt gar nichts lange, man. Ich meine ohne Scheiß jetzt. So ist buff, gib mir Arme mal. Aber ich nehme mal an, ich muss oben lang. Nope. Oh Gott, was für ein beschissenes Labyrinth, Alter. Nachtsich und schnelle Bewegungen, Mann. Ich muss schon so fast kotzen, Alter. Gott, ich hasse diese Labyrinth, Scheiße. Mann, was soll das jedes Mal jetzt hier? Okay. Ich war mal wieder total dumm. Lass mich in Ruhe, blöd, Dich, so. Holy shit, der hat sie gefressen. Der hat sie sowas von gefressen, Alter. Hey, machen wir uns nichts voll, Marc, die Dinger gar nicht. Oh, der sieht sie als natürliche Beute an, mittlerweile. Was auch ziemlich cool wäre. Wieso fragen die mich das? Wenn ich tot bin, bin ich tot, dann kann ich es nicht mehr antworten. Wieso fragst du mich, ob ich tot bin, Mann? Woher zum Teil, wie soll ich das wissen? Lass mich raten. Man sollte das Ding nicht wirklich öffnen. Freedom! Gott sei Dank, Alter. Lass mal sprechen hier. Goddammit, jetzt wo ich hier draußen bin, Mann, kann ich mich dann heilen, wenn es drauf ankommt. Hey, wie sieht es eigentlich mit meinem Munitionsbestand aus, ha? Zero. Warte mal, die könnte ich eigentlich nachladen. Gott, ich hab kein Schirm was verschossen, Mann. Ich hab kein Schirm was verschossen, Mann. Ich hab kein Schirm. ja hier war ich schonmal okidoki chiki nur frag mich nicht was ich jetzt eigentlich machen soll ich hab keine ahnung ich schätze mal ich soll den scheiß Zug holen okay man das ist also dieses Ding hier ähm ich kann das nicht nochmal drehen hey man oh das scheißteil ist sogar voller Kohle are you fucking kidding das ist doch perfekt man ok ich bin auf dem Zug was jetzt äh warte mal das hier ist nur ein Waggon den ich holen soll oh aber den ich mit so einem Ding holen soll alles klar so fix ich glaub ich hab grad irgendeinen Fehler gemacht aber ehrlich gesagt will ich nicht so genau wissen was für ein neen 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 Das war grad creepy man, ich hab S gedrückt für rückwärts. Oh, wir haben ihn, wir sind. Wieso sprechen die ihre Emotionen eigentlich immer aus? Jetzt ist das Beispiel schon öfter. Ja. Ich komm da nicht durch. Mach nicht, ich bring die eher lohnen. Na ja, falls es Probleme gibt, weißt du ja was zu tun ist. Hey, wie kann ich aussteigen? Ich komm hier nicht weiter, no fucking way. Das Ding hier ist blockiert. Erstmal kurz die, kurz alles checken hier. Selbst wenn ich's durchbrechen würde, würde das nix bringen. Oh, verpiss dich du Arschloch. Verdammte Scheiße, diese Hunde sind die Tanken viel zu viel. Ja, ich muss die, 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 die Gabelung umstellen, aber wie mach ich denn das? Ich muss das Ding hier rüber bringen. Nee, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Ich meine, jetzt mal im Ernst. Oh, warte mal, vielleicht kann ich das auch einfach durchsteigen. Du steig ein. Alter, wir sind busy als fuck, bro. Let's do it. Vielleicht muss ich auch vorfahren, dass es ne neue Missionsziel gibt oder so ein Scheiße. Das ist ja gut so aus, jetzt würde das schweben. Okay. Ah, hier ist es. Oh, meine Fresse. Ich hab's die ganze Zeit gesucht, hab's aber nicht gesehen, weil genau davor der Zug stammt. Ich hab's die ganze Zeit gesucht. Ahem. 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 laber nicht was ist da links scheiße der beschissene teddybär hilft nichts man wir müssen schnell den teddybär holen der ist hier links man gleich meine fresse beschissene teddybär man werdet schon sehen wegen dem scheiß wie gehe ich jetzt gerade auf schweiß oh man shut the fuck up warte mal 55 sekunden und ich habe keine extra filter mehr wo dorfbewohner 1 sie satanische Stimmen aus der Hölle Luzifer selbst will uns damit in Versuchung führen ja verdammt wer ist das zum glück hat meine muni erreicht ich glaube die wollten mich nicht mehr töten aber ist mir egal siehste jetzt gibt es keine streitereien mehr Gott bin ich nicht nett genau ich muss meine scheiße reparieren die waffen klemmen alle 2 sekunden waffner waffner was ist das meine die hat null durability oder wie man das ding auch nimmer nennt genauigkeit und schussfolge explodieren man wenn du die scheiße sauber machst heftiger scheiß okay herstellung machen wir mal 20 und für den 2 das sollte kosten ja soll ich mal warte scheiße ich muss auch noch filter schneller stellen bohr ziemlich teuer jetzt penne ich kurz ne runde damit ich heile und dann gehts los ich glaube ich hätte mit ihnen noch Geschäfte machen können weil die mich gesehen haben aber nicht sofort geschossen aber ist egal bisher habe ich eh alle umgebrachte die ich gesehen habe apropos ich habe katja oder wie die tuss heißt nicht umgebracht vielleicht hätte ich sie erschießen sollen dann müsste ich jetzt nicht den scheiß teddy bear holen oh man ich hätte sie töten sollen wo ist denn jetzt der scheiß teddy beim mann Hey, bitte sag mir, dass ich wenigstens in der Nähe bin. Ja, ziemlich nah sogar. Da gehe ich besser nicht drauf. Du siehst so, als würde es gleich zusammenklappen. Ich muss jetzt gleich gegen den Werfner, oder wie die Teile heißen, kämpfen. Ich wusste es, Mann, du bist Arschloch. Was guckst du so, du Arsch? Warte mal, ich werde den erst beim Monocop-Tocktail in die Fresse. Los jetzt! Ja, schau das Viech ruhig länger um, während uns so ein Dinosaurier versucht umzubringen. Zieh, Fieks! Hör auf mit dem Scheiß! Was ist los mit dir, Mann? Verdammte Scheiße, Mann. Hey, wie immer durchs Zelt und alles durchkommt, das Arschloch. Okay, nichts wie weg, ja. Jetzt bist du nicht mehr so. Wut der actually fuck? Das klo ich jetzt nicht, habt ihr das gesehen? Aber jetzt hab ich grad voll die krassen FPS einbricht, man hau mir ab Lass mich in Ruhe, du Arschloch Oh nicht scheiße, verdammte Fickfresse Piss dich Okay, nichts wie weg hier Wieso hab ich so das Gefühl, dass man da nicht durch kann? Wie bin ich überhaupt hier gekommen? Ah, ich bin hier einfach umgejumpt alles klar Oh man, er ist echt sauer Tut mir leid, dass ich dein Blüsch hier geklaut hab, du Arsch Ich lass mich in Ruhe, du Flachwixer Da dachte ich mir schon, dass hier überall Zeugs ist, aber das kannst du vergessen, Mom Ich hätte jetzt nicht... Okay, okay, das mach ich noch Okay, ich muss jetzt rausfinden, wo dieses Ding ist Oh scheiße Oh, das wird sogar markiert, cool Okay, ich würde hier Oh, nix wie weg Wo war'n das Teil jetzt hier? Oh, warte mal Und wieso hättest die so ein paar Geströche eigentlich so aufgeströkelt? Geströke soll ich schon. Gott fuck off game, ganz ehrlich. Das sagt echt Bolz gerade. Wo wollen die eigentlich hin? Die machen hier voll einen Auf-Härde-Modus. Wieso tun die das? Was ist da? Keine Ahnung wo gehst. Ah da ist das Ding. Gott ich bin schon wieder vorbeigelatscht. Hau mich ab. Scheiße das ist so ein scheiß Fimo. Das ist jetzt nicht der ein be-fickter Ernst alter. Ich muss hier alle zwei Meter aussteigen. Was soll der Scheiß? Hoffentlich sind da jetzt irgendwelche Arschlöcher die ich vor Wut töten kann. Na ihr wilden Wichser. Hier ist gar nichts ganz toll. Oh geiler Scheiß. Okay, I take that. Ich will mal nicht so sein. Ich vergib euch. Hm. Kurzer Lauf und Schalldämpfer. Wow. No fucking way, dass ich jemals seines Teilen Schalldämpfer brauche. Das ist ja totaler Schwachsinn. Also schon mal die Drecklichen an die Bordern des Meisters. Diese beschissene Ase schon wieder. Ich hab' keine Ahnung wo ich hier gerade bin Mann. Redded hört und ich hab' keine Ahnung wo ich hier gerade bin Mann. Teufel ein belliger. Oh Gott, ich hätte mir das Ding mal gescheit anschauen sollen, damit ich weiß, wo, was ich, na, wo. Was, das macht doch keinen Sinn, wenn dir alles frei ist, wieso ist denn das Ding dann hängen geblieben, Mann? Oh Gott, das will ich gar nicht wissen, Mann. Oh Gott, ich habe das Ding mal gescheit, ich habe das Ding mal gescheit, ich habe das Ding mal gescheit. Ihr seid sowas von Toten, mein Handschlecher. Halt deine Fresse. What the... Hallo, ich habe das Ding gerade erst gereinigt, Mann, und es klemmt in uns, doch willst du mich verkacken? Blödes Arschloch. Es hat aktuell richtig wenig. Du verdammter Schweinehund. Hey, ich hasse das Waffen-Game-Game-Lagel, hier, das ist echt so krass, ne? Oder mein Eimler ist einfach so scheiße, als ich meine. Wow, Mann. Zieh das mal rein, das war mal ein krass Modifiz, das ist ein Arschloch. Ich habe das Mist... Peek! 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 Hier geht nirgends von ihr Büchster, ich bring euch euch halt um. Wo willst du, du Arschloch, wie du steckst jetzt ein? Ja, ich dich auch gleich. Boah, da hier sind ganz schön viele. Ohne Witz, das ist eine beschissene Armee hier. Ich mach die Maske wieder an. Ganz ehrlich, mit der ist die Grafik irgendwie angenehmer. Eigentlich scheißegal. Halt die Maul. Oh, war das knapp. Oh, die Dinger kann man sogar abnehmen. Ja, Leute, der Mistkerl ist hier noch irgendwo. Findet ihn bevor er aufhaut. Keine Sorge, ich finde euch. Jetzt, ich check das gerade nicht. Manchmal kann man Nachtsichtgerät nehmen und manchmal ist es Taschenlampe. Ich höre irgendwas. Oh, verdammte Scheiße, Alter. Ganz ehrlich, ich will Nachtsichtgerät benutzen, aber das geht jetzt auf einmal nicht mehr. Ich mach hier schnell einen Cut. Ich bin mir an.